Willkommen bei ULabs. Heute beschäftigen wir uns mit etwas, das statistisch gesehen mehr als jeder zweite von euch nutzt, nämlich kostenpflichtiges Videostreaming über das Internet, beispielsweise mit Netflix oder Amazon Prime. Bei den unter 30-Jährigen sind es sogar 82%, die diese Dienste regelmäßig nutzen. Und das, obwohl Deutschland beim Internetausbau eher zu den Entwicklungsländern gehört. Weltweit liegt unsere Internetgeschwindigkeit nur auf Platz 42 von 221, Tendenz weiter sinkend. Doch für Streaming scheint es bei vielen wohl noch zu reichen. Wer seit längerem kostenpflichtige Streamingdienste wie Netflix benutzt, wird festgestellt haben, Netflix wird immer teurer. Als der US-Konzern im Jahre 2014 in Deutschland startete, kostete das Basic-Abo, man kann es nur auf einem Gerät nutzen, ohne HD-Inhalte, 7,99 Euro pro Monat. Das Standard-Abo für zwei Geräte mit HD-Inhalten war mit 8,99 Euro nur 1 Euro teurer. Für Premium waren damals 11,90 Euro fällig. Dafür erlaubte das teuerste Abo die Nutzung von bis zu vier Geräten gleichzeitig, sowie eine höhere Auflösung in Ultra-HD. Bereits im Folgejahr 2015 wurde der Standard-Tarif für Neukunden um 1 Euro auf 9,90 Euro monatlich angehoben. Ab 2016 betraf dies auch die Bestandskunden. 2017 verteuerte Netflix gleich zwei Tarife auf einmal. Standard wurde erneut um 1 Euro teurer auf insgesamt 10,90 Euro pro Monat. Erstmals mussten auch Premium-Kunden mehr bezahlen, dieses Mal sogar 2 Euro zusätzlich und damit insgesamt 13,90 Euro pro Monat. Nach der Pause im Jahr 2018 wiederholte sich dies 2019. Als Standard auf 11,99 Euro und Premium auf 15,99 Euro anstiegen. Auch 2021 das gleiche Spiel. Standard kostet nun 12,99 Euro, Premium sogar 17,99 Euro jeden Monat. Von 2014, dem Marktstart in Deutschland, bis 2021 ist das Standard-Abo damit um rund 45% teurer geworden. Für Premium musste innerhalb von sieben Jahren immerhin 33% mehr bezahlt werden. Nicht einkalkuliert ist dabei die Preisgarantie. Sie ist still und heimlich dem Brotstift zum Opfer gefallen. Noch 2015 waren nur Neukunden von der Preiserhöhung direkt betroffen. Bestandskunden konnten den Dienst zwölf Monate lang zum alten Preis weiter nutzen, bevor auch sie mehr bezahlen mussten. Mittlerweile gelten die neuen Preise sofort für alle, egal ob neu oder Bestandskunde. Warum wird Netflix nun immer teurer? In Presseerklärungen sind die offiziellen Begründungen des Konzerns immer recht ähnlich. Man baue das Angebot aus und braucht dafür mehr Geld. Am teuersten seien dabei die Eigenproduktionen, in die Netflix investiert. Doch natürlich reden wir hier immer noch von einem kommerziellen Unternehmen, das jedes Jahr seinen Umsatz und Gewinn steigern möchte. In einem Brief an seine Aktionäre vom April 2021 stellte Netflix fest, dass im ersten Quartal 2021 weniger Nutzer abgewandert sind, als im ersten Quartal des Vorjahres 2020. Daraus schlussfolgerte der Konzern, mit der Verbesserung des Dienstes kann man mehr Geld verlangen. In der Vergangenheit hat Netflix bereits mehrere Experimente gestartet. Neukunden wurde unter Umständen ein teilweise höherer Preis angezeigt. Etwa 17,99 Euro für das umfangreichste Angebot statt 15,99. Bevor Preiserhöhungen offiziell für alle wirksam wurden, hat man also getestet, ob genügend Interessenten bereit sind, mehr zu bezahlen oder aber abspringen. Und der Erfolg scheint ihnen recht zu geben. Trotz mehrerer Preiserhöhungen wächst Netflix kontinuierlich. Seit 2020 profitiert der Dienst natürlich auch von der Corona-Pandemie, die zu einem neuen Rekordumsatz von 7,2 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal 2021 geführt haben. Davon 1,7 Millionen US-Dollar Nettogewinn. Aber auch vor Corona stieg die Anzahl der zahlenden Abonnenten seit 2011 jedes Jahr deutlich an. Ein Hauptgrund für die Erhöhung ist daher schlicht und einfach, weil sie es können. Viele Menschen sind bereit, deutlich mehr als den ursprünglichen Preis von 8 bis 12 Euro aus dem Jahre 2014 zu bezahlen. In Pandemie-Zeiten ist diese Bereitschaft außerdem noch viel höher. Vor allem, wenn es durch Ausgangsbeschränkungen oder Lockdowns weniger alternative Beschäftigungsmöglichkeiten gibt. Allein im ersten halben Jahr 2020 entschieden sich 26 Millionen Menschen für ein kostenpflichtiges Netflix-Abonnement. Selbst für einen der größten Streaming-Anbieter ist das ein gigantisches Wachstum, das er ohne die Pandemie wohl nicht so schnell erreicht hätte. Doch das macht sich auch die Konkurrenz zunutze. Amazon Prime gehört mit Netflix zu den größten Streaming-Anbietern und erhöhte den Preis in der Vergangenheit ebenfalls. Bis 2017 kostete die Prime-Mitgliedschaft 49 Euro pro Jahr. Ab 2017 waren es 69 Euro oder wahlweise 7,99 Euro pro Monat, wenn man nur Prime Video mit einbezieht. Ein direkter Vergleich von Prime Video und Netflix ist allerdings schwierig. Wer Prime als Jahresabo bucht, erhält zusätzlich die schnelle Lieferung von Amazon-Bestellungen sowie der Musik-Streaming-Dienst Amazon Music. Wobei letzteres nur 2 Millionen Liter enthält und damit deutlich weniger als Marktführer Spotify mit derzeit 70 Millionen. Wer alle 60 Millionen Titel auf Amazon hören möchte, muss noch einmal 7,99 Euro extra bezahlen. Aber nur mit Prime-Abo, ansonsten werden 9,99 Euro fällig. Ferner sind aber auch nicht mehr alle Filme und Serien von Amazon im Prime-Abo enthalten. Ein Beispiel ist die bekannte Serie Breaking Bad. Sie kostet mittlerweile 2,90 Euro pro Folge oder 17,90 Euro pro Staffel. Neue Anbieter auf dem Markt versuchen ebenfalls mehr Geld zu verdienen. Disney Plus erhöhte zum 23. Februar 2021 ihren Abo-Preis von 6,99 Euro auf 8,99 Euro pro Monat. Auch dort begründet man dies mit mehr Investitionen in ein umfallreicheres Angebot. Man merkt an diesen Beispielen, wie sich der Markt zunehmend darauf konzentriert, seine Margen zu steigern. Und zwar mit Erfolg, da viele Nutzer bereit sind, 1 oder auch 2 Euro mehr pro Monat zu bezahlen. Es wird daher nicht die letzte Preiserhöhung von Amazon Prime, Netflix und Co. gewesen sein. Es wird interessant zu sehen, wie sich dies in Zukunft entwickelt. Der Trend geht nicht nur hin zu höheren Preisen, sondern auch zur Zerstreuung von Inhalten auf mehrere Abos. Disney ist hier nur ein Beispiel. Wie lange die Nutzer diese Spirale mitmachen, ist fragwürdig. Wie seht ihr das? Bleibt ihr Netflix und Co. trotz steigender Preise treu? Wird Account-Sharing genutzt, um die Kosten zu teilen? Oder boykottiert ihr diese Preiserhöhungen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder besucht uns auf youlips.de. Tschüss, bis zum nächsten Mal.